Herzlich willkommen oder willkommen zurück. Also ich freue mich total mit euch in dieses neue Jahr zu starten. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir eben so wie jetzt im Jänner in das neue Jahr mit Erfolg hinein starten wollen, dass wir einfach die Unterstützung, die wir schon hier in Form ätherischen Öle haben, auch für uns verwenden. Und da habe ich mir überlegt, welche ätherischen Öle würden denn wohl am besten passen, um hier unsere Visionen, unsere Träume und dergleichen einfach zu stärken. Und wir hatten auch im Dezember ein Video in Dreambuilders gelauncht, wo es einfach um das Vision Board gegangen ist. Daher könnte man fast dieses Video sozusagen als Erweiterung oder Ergänzung zu dem eben sehen. Also schauen wir uns vielleicht gleich mal das erste ätherische Öl an. Und zwar ist es das Abundance-Öl. Abundance steht für Reichtum. Und Reichtum ist aber etwas, welches nicht immer nur mit Finanziellen zu tun hat. Reichtum bedeutet durchaus, dass du emotional reich bist. Dass du geistig dich reich fühlst. Also nicht nur finanziell. Aber sehr oft zweifeln die Menschen an sich selbst. Sie zweifeln an ihren Stärken, an ihren Kräften, an so vielen. Sie machen sich zu niedrig, zu klein. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, Abundance zu verwenden. Denn Abundance erhöht die Frequenz. Es ist etwas, welches irgendwie magisch passiert. Denn in dem Moment, wo die Frequenz erhöht wird, beginnt dieses ätherische Öl, die Sache, das Ding, die Emotion, die geistige Einstellung, mit der du dich gerade beschäftigst, einfach magnetisch anzuziehen. Daher, hab deine Vorsätze, hab deine Visionen, deine Träume und verwende Abundance, damit das wirklich real und zur Wirklichkeit geführt wird. Also manche verwenden das Abundance-Öl durchaus, indem sie ein paar Tropfen in ihre Geldbörse geben, um einfach den Geldfluss, eben das Anziehen des Geldes zu stärken. Und andere wiederum geben ein paar Tropfen in ihr Auto, weil sie einfach hauptsächlich ihren Beruf im Auto eben praktizieren. Also mit Abundance kann man ganz, ganz viel machen. Und speziell jetzt im Jänner haben wir ein super Angebot. Und zwar bekommst du jedes Abundance-Öl um 10% günstiger. Also nütz die Chance für dich und bestell dir so schnell wie möglich dein Abundance-Öl. Jetzt spreche ich von dem Envision-Öl, welches ab Jänner in Europa bestellbar ist. Envision ist sehr, sehr wichtig, denn es ist ein ätherisches Öl, welches Kreativität und Einfallsreichtum stärken. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz Wichtiges zu verwenden, denn wir brauchen Kreativität, um Chancen für uns zu erkennen. Das Leben bietet immer wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen, wo du dein Geschäft verbessern kannst oder Geschäftsbereiche für dich entdecken kannst, die du einfach vielleicht umsetzen kannst, um darin erfolgreich zu werden. Es geht aber auch um die Kreativität, es geht um Prozesse, die im Leben passieren, um Prozesse und Momente, die du einfach vielleicht positiver gestalten willst. Und dafür brauchst du Einfallsreichtum. Und genau dafür ist auch dieses ätherische Öl einfach gemacht. Also ein ganz wichtiges Öl für das Umsetzen deiner Visionen und deiner Träume. Highest Potential ist eines meiner absoluten Lieblingsöle, denn Highest Potential bedeutet übersetzt, höchstes Potential oder im ganzen Satz ausgedrückt, lebe dein höchstes Potential. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Menschen dieses ätherische Öl brauchen, denn die meisten Menschen leben nicht ihr höchstes Potential. Der Grund ist der, dass viele Menschen einfach Angst vor dem Leben haben, Angst, gewisse Sachen meistern zu müssen und deswegen beschränken sie sich permanent. Aber das höchste Potential kannst du immer nur dann leben, wenn du die Grenze überschreitest. Du musst sie nicht viel überschreiten. Aber beginn immer mehr deine Grenzen auszuloten. Geh an die Grenze, überschreite die Grenze, denn nur auf diese Art und Weise hast du die Möglichkeit, deine persönliche Grenze zu entdecken und neu zu definieren, neu zu erweitern. Das sind die Menschen, die in dem, was sie tun, einfach unglaublich erfolgreich werden, weil sie daraus dann schon einen Sport machen. Wie weit kann ich meine Grenze erweitern? Was ist alles möglich? Zu was bin ich allem fähig? Und das erfordert natürlich auch, gerade was das Highest Potential angeht, dass du an dir arbeitest, aktiv arbeitest, um einfach deine Eigenschaften zu stärken, deine Eigenschaften zu verbessern und einfach ein besserer Mensch zu werden. Highest Potential ist sehr gut, indem du es vielleicht auftragst als Parfum. Du sollst es riechen, du kannst es auch auf deine Chakren auftragen. Aber ich sage dir, wenn du dein Potential wirklich erweiterst, dann werden die anderen Menschen beginnen, zu dir aufzusehen. Ich liebe das ätherische Öl, magnify your purpose. Denn das ist das ätherische Öl, mit dem du einfach deinen Lebenszweck, deinen Lebenssinn stärkst oder vielleicht, wenn du in einer Phase bist, wo du dir unsicher bist, wo es hingehen soll, einfach hier deinen Lebenssinn, deinen neuen Lebenszweck wieder entdeckst oder neu entdeckst. Und wir kommen immer wieder in Lebensphasen hinein, wo wir wirklich viel hinterfragen. Es gibt schon astrologisch gesehen ganz viele Abschnitte im Leben, wo du gefordert wirst, einfach dein Leben zu verändern. In diesen Phasen brauchst du unbedingt dieses ätherische Öl. Magnify your purpose, könnte man fast sagen, hat damit zu tun, dass du einfach all die Ereignisse, die dir in deinem Leben widerfahren sind, die dir nicht gut getan haben, dass du diese einfach hinter dir lässt und überwindest. Also, ich glaube, in unserem Leben gibt es viele Momente, wo wir uns gewünscht haben, dass sie hätten nie passieren sollen. Aber mit dem Öl hast du die Möglichkeit, es wirklich hinter dir zu lassen. Und da gibt es eine schöne Aussage von Eckart Tolle. Du kannst noch so schöne Momente erleben und noch so viele Cocktails am Strand trinken. Diese schönen Momente werden dich bedingt weiterbringen. Die wirklich, die wirklich essentiellen Momente in deinem Leben, wo du am meisten Erkenntnis erfährst, sind die, wo du das Leben in irgendeiner Form wirklich meistern musst. Und dafür ist Magnify your purpose einfach die beste Wahl. Wahlor ist ein Meisteröl. Es ist ein absolutes Meisteröl. Denn Wahlor, man könnte fast sagen, Wahlor ist die Basis für dich selbst. Die Basis in dir. Wie sehr du vererdet bist, wie sehr du aufrecht bist und wie sehr du gestärkt bist. Und viele Menschen haben aber ihre Basis verloren. Sie stehen auf sandigem Grund. Sie sind unsicher, wackelig. Und in Phasen, wo du aufgerichtet sein musst, wo du gestärkt sein solltest, hier ist Wahloröl ganz, ganz essentiell. Gary Young hat dieses ätherische Öl entwickelt, einfach um uns aufzurichten, um uns selbstbewusst zu machen, um unser Selbstvertrauen zu stärken und um uns zu verwurzeln. Ich liebe dieses Öl. Der Duft ist traumhaft und ist eigentlich eines der wichtigsten ätherischen Öle, um alle Themen, die du jetzt neu angehen willst, einfach damit zu starten. Denn du stärkst diesen Moment. Du stärkst den Moment des Startes. Du stärkst den Moment, wenn du dein Business eröffnest. Du stärkst deine Einstellung zu dem, was du einfach tust. Und aus dem Grund ist Wahlor ganz essentiell. Also, falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch einfach ein Like und abonnier einfach unseren Kanal. Wir würden uns total freuen, wenn du unterhalb dieses Videos uns einfach einen Kommentar schreibst. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. Alles Liebe.